Hallo Leute, willkommen zum allerletzten Mal Terraria, tschüss. Tschüss, was kommt mal? Äh, ich habe linke Kiste hier, genau. Wir haben ein himmlisches Siegel und zweimal diesen komischen Schmetterling. Wir sollten erst den Schmetterling bei Nacht töten, einmal. Und den Boss machen, weil der scheinbar was super wichtiges droppt. Und danach haben wir auch noch genügend von diesen anderen Fragmenten, um vielleicht das zu craften oder nochmal den Boss zehnmal zu probieren. Und wenn wir ihn schaffen, dann ist er halt tot. Ihr habt uns auch bestimmt eine Liste geschrieben mit Sachen, die wir noch zu machen haben, irgendwelche Events und so. Äh, das werden wir alles noch früher oder später machen. Ja, aber erstmal, erstmal wollen wir halt... Äh, es ist schon Nacht. Ja. Es klingt wie Nacht, ne? Ich zoome mal raus, Leute. Maximaler Outzoom. Dann einen Schmöderling. Ich hoffe, den darf ich hier töten. Komm, du musst draufhauen, Manu. Lass ihn frei und du haust, okay? Äh, ja, aber ich habe doch Pets gerade. Ja, okay, mach. Hä? Warum wirft du dein... Da ist keiner. Ich weiß, der hat sich aufgelöst. Müssen wir das im Heiligen-Bio machen? Gut, dass ich zwei habe. Lass uns rübergehen. Alter. Als ob er sich einfach instant verzieht. Ja, also wirkt sehr schnell wie... Ich löse mich einfach mal auf. So. Versuch zwei. Da. Ja. Oh Gott. Die Empress of Light, ein neuer Boss. Oh, das sieht glücklich aus. Das wollte ich nicht. Hallo, was kann die? Alter, wie krass sieht die denn aus? Ja klar, was ist das denn? Okay. Die strahlt, sie hat auch Laser. Aua, die tut weh. Ja, aber es geht vom Leben her, glaube ich. Ich... Achso, ja, ist schon halb tot. Ich versuche mein ganzes Stillstehenzeug nicht mehr zu benutzen, weil... Ja, es bringt ja nichts in den Bosskämpfen einfach. Für so kleine Edds am Boden vielleicht oder so. Aber allgemein ist es ein echtes Malzett-Boni, muss ich sagen. Äh, äh, LSD. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So viele Farben. Nee, ich hab noch ein Herz, ein Herz. Ich lauf. Ich bin tot. Toll, jetzt werde ich sterben. Nee, meine, meine Bälle fliegen noch hin. Du schaffst das. Wooo. Hab ich sie? Siehst du? Ja, ich. Ich hab's geschafft, ganz alleine. Manu hat's geschafft. Manu's Bälle kommt zu mir. Oh. Das klingt irgendwie komisch. Äh, ja. Okay, das war die Empress of Light. Der zweite neue Boss, der schon ein bisschen früher bekämpft hätte werden sollen. Der tagsüber one-hitted mit jeder dieser Fähigkeiten. Ja. Haben wir jetzt keinen Unterschied gemerkt. Und, äh, ich öffne den Beutel erst mit dem Magen-Gas. Nee, die Bälle hier. Ja, das ist es. Ah, ja, pack deinen Beutel aus, Mann. Du hast jetzt geöffnet. Okay, dann öffne ich auf. Oh, magischer Schaden sogar. Da. Oh, guck mal, Feuerwerk. Das andere, das Regenbogen-Ding ist mega gut. Ich hab ne Maske. Oh, ich seh's. Guck mal. Wie geil bin ich? Sieht im Regen zwar nicht so cool aus, aber du hast sie. Hübsche Maske. Ja, guck mal das Regenbogen-Ding an. Meinst du, dass du das? Was ich dir dazu geworfen habe? Äh, nee, das ist ein Bogen. Das Regenbogen-Ding. Infinite Wing and Rocket Boot Flight. Oh. Und schneller. Aber ich weiß nicht, wie. Alter, ich lauf schon am Boden richtig schnell. Hä? Oh, ist gut schnell. Ich merks, ich merks. Hä, wer braucht denn Flugmauns? Das ist ja okay, okay. Okay. Okay, ich verstehe, warum die Leute auf jeden Fall wollten, dass wir das vor dem Moonlight noch rumholen. Ja, aber... Ich ziehe mir eins meiner 5-Damage-Dinger aus. Ah, okay. Ja, das Recher-Symbol tue ich mal weg dafür. Schuss 12% Schaden. Ist ja mega cool. Lohnt sich ja eventuell sogar wieder die Rennschuhe. Obwohl in der Luft bin ich ja... Ah, ist das... Ist gar nicht so schnell. Oh, wir müssen den Boss jetzt machen. Ich hole den Moonlight. Warum? Äh, wir können ihn noch dreimal holen. Es regnet. Unser Flugmaunt ist durchgehend schnell. Okay. Im Wasser ist es durchgehend schneller. Okay, ich habe uns hier so Deckenplattformen gebaut. Die sollten uns beschützen, hoffentlich. Und ich bin bei der Nacht ja allgemein auch ein bisschen stärker. Deswegen, ich beschwöre ihn und schaue B. So. Oh, ein Unglück. Dann schaue ich nochmal B, dass alles aktiv ist. Habe ich auch. Dann klicke ich hier nochmal überall drauf. Wo ich draufklicken kann. Dann beschwöre ich meinen komischen Drachen, der irgendwie bisher noch nichts gemacht hat. Ja, Alter, wie schnell das Flugmaunt hier ist. Ah, wir haben einen Maunt. Stimmt. Ja, genau. Ich habe hier so Steindecken gemacht, damit der, äh... Die Augen. Die Hände. Die Hände-Augen. Die Hände-Augen. Die sind unser Main-Target. Wenn die kaputt sind, ist er, glaube ich, wird er einfacher. Oder schlimmer. Kann auch sein, dass er noch schlimmer wird. Ja, lass den ganz schlimm machen. Ich finde es fast schon ohne das Maunt angenehmer, weil man so kontrollierter fliegt. Mit dem Maunt muss man immer erst so Geschwindigkeit aufbauen. Ah, dafür können wir den Boss halt ultra abhängen. Ja, der braucht immer ein bisschen. Aber gleich hört es auf zu regnen. Ja, wahrscheinlich, wenn er kommt so. Macht den Regen einfach sofort mit weg. Okay, ich mache das Interface noch kleiner, Leute. So. Damit ich da nicht oben reinklicke. Ah, er ist da, er ist da. Okay, scheiße, ich bin weg. Du bist weg? Wie, war... Hallo, unsere Arena? Ja. Ja, ich bin da, ich bin da. Er ist da. Okay, eine Hand ist schon halb kaputt. Wir bleiben einfach so ein bisschen out of range. Und ich versuche mich nicht von allem treffen zu lassen. Oh nein, Laser. Laser. Oh nein, er ist in mir, er ist in mir. Aua, ich darf echt nicht in Manos Schüssel reinfliegen. So. Ja, 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 ein Auge ist gleich kaputt. Ja, da kommen diese ganzen Schüssel raus. Oh Mann, ich habe so Angst. Aber ich gebe den Abstand und trifft das Zeug alles nicht. Das ist richtig gut. Nein, er hat mich, er hat mich, ich bin fast down. Wie, du bist fast down. Ich muss allerdings, ja, ich bin fast down. Okay, ich bleibe weiter den ganzen Sachen hier aus. Ja, 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 ein Auge ist kaputt. Okay. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Wo ist die Frau? Da ist sie. So. Hat mich gehealt. Perfekt. Okay, ich muss, er hat mich getötet. Oh nein. Hau ein bisschen ab. Der Strahl hat mich nicht getroffen. Schön. Hau ab, hau einfach ab. Ey. Durch, durch den Teleporter. So. Hilfe. Ich werde einfach nur noch. Okay, ich gehe mich einfach kurz heilen. Ja, mach das. Ich bin nämlich fast schon wieder tot. Heilen. Der Laser hat mich fast getroffen. Okay, ich bin da. Bin da, ich bin da. So, wo ist er? Wo ist der Boy? Der portet sich auch immer richtig unfair. Was ist das denn jetzt hier? Sein sores Auge. Ja, das verfolgt einen. Das kam aus den Händen raus. Aber dafür schießen seine Hände nicht mehr. Aber er hat richtig viel Schaden schon auf seiner Stirn. Ja, ich bin gleich down. Ich müsste mich heilen. Ja, geh heilen. Er geht auch gerade auf mich. Jetzt geht auf dich. Er hat sich abgekapselt. Aua. 20 Kupfer fallen lassen. Okay. Okay. Wo hatte ich ein Plattchen dabei? Weil mir alles geklaut hat. Okay, ich fliege aber ein bisschen durch die Welt. Ja. Alter, es ist geil, dass es regnet einfach. 20 Sekunden noch. Scheiße. Aua. Ey, wehe. Du schaffst es jetzt nicht. Also wegfliegen schaffe ich easy. Wir haben auch gleich das dritte Auge kaputt. Ich habe keine Ahnung mehr, was dann passiert. Ja, lenke ihn mal nach links, bitte, damit ich jetzt gleich nicht in ihm stehe. Ja, das dritte Auge ist gleich kaputt. Aua, ich kriege gerade Megaschaden. Wie steht es mit deiner Gesundheit? Äh, Hälfte. Ah, sein Herz in der Mitte ist offen. Oh nein, nein. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld zum, zum Heilen. Wie kann man denn kein Geld zum Heilen haben in dem Spiel? Dann drück einfach B und nimm deine Tränke. Schau mal. Hab ich. Ey, guck, schau auf sein Leben. Wir kriegen den. Ich gucke da nicht hin. Ich kalt ihn einfach. Ich fiel einfach im Kreis um den rum, weißt du? Was soll der machen? Okay, ich brauche noch vier Sekunden, dann kann ich mich heilen. Bitte tu mir nicht mehr weh in vier Sekunden. Oh. Er hackt sich wieder an mich ran. Was soll das? Kann ich schon? Ich habe schon gedrückt und bin noch fast tot, oh Gott. Mir geht es aber sehr gut. Aua. Okay, ich nehme es zurück. Aua, ich nehme es zurück. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich gehe mich kurz heilen. Oben in der Luft. So. Okay. Bin wieder voll geil, danke. Ich, ja, 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 alles klar. Gute Kombo. Ja, gute, klar. Ich bin fast tot. Er hat mich auch mega gut getroffen gerade. Also ich habe noch drei Herzen. Er geht gerade auf mich, er geht gerade auf mich. Ich habe kein Geld. Ich kann nicht... Ja, den geht zu deinem... Achso, du hast gar kein Geld. Gar kein Geld. Ja, du hast ja auch, glaube ich, beim letzten Mal gerold, bevor wir aufgehört haben. Er hat mich gelasert. Kann sein, ja. Ich bin tot. Ich lebe noch, alles gut. Ist richtig einfach das Spiel. Ich bin tot. Fünf, vier, warum fünf Sekunden waren? Wir hatten ihn doch. Nein. Jetzt hat der Regen gleich auf. Was machst du? Tja, hättest du mir mal Geld gegeben. Warum hast du kein Geld? Ich habe jetzt drei Platinen hier. Ich gebe dir zwei. Warum nicht drei? So. Jetzt habe ich mal meine Flügel und das Unendlich Fliegen weg. Und dafür das Vieh hier. So, und jetzt können wir ihn wieder rufen. Okay. Nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich sage ja, der Lümmel. Ja. Was ist denn das eigentlich? Was macht der, wenn er mich so schlaucht? Das stärker? Einfach die Hand fokusen. Einfach die Hand fokusen. Oh, die Hand ist gleich kaputt. Let's go. Oh Gott, da bin ich zu langsam gewesen. Heiltrank. Wo bist du? Wo ist der Boss? Eine Hand ist kaputt. Ach, da. Oh, ein Viertel schon weggemacht. Halt einfach drauf. Bin nur noch Damage-Maschine jetzt. Jetzt ist mein neuer Lifestyle. Weiß nicht mal, wo ihr seid. Ach, da. Oh, oh. Oh, 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 oh Gott. Ich hab mich gelasert. Ich geh mich kurz heilen. Ja. Cool, dass du den Boss her ziehst. Ja, gerne. Oh nein, Laser. So, einfach der Zunge folgen. Dann find ich den Boss auch. Ja. So, zweite Hand ist kaputt. Jetzt noch das Stirnauge. Ich find halt, es ist zu Clusterfuck, mit dieser Bosskampf schon. Man sieht halt, ich check gar nichts. Eigentlich, wo die, was Schüsse von mir sind, was Gegnerschüsse sind. Was sind meine Laternen davon? Warum ist meine Laterne hellblau? Aua. Er folgt mir, er folgt mir, er folgt mir, er folgt mir. Ja, mir geht's gut. Ach so. Okay, mir nicht. Ich geh mich heilen. Oh nein. Musst wieder nach rechts kommen. Das tut mir aber leid. Oh nee, er strahlt direkt in mein Gesicht. Ja klar, da kommt man auf jeden Fall ausweichen. So. Nicht. Mein Geld sollte langsam leer gehen. Ich schieße mal auf. Ich müsste auch mal heilen. Ja, ja, er geht gerade auf mich. Nutzt die Chance. Nutzt, bis ich tot bin. Nutzt die vier Sekunden, die ich habe. Bevor mich alles trifft. Oh, ich weiche gut aus, ich weiche gut aus, Leute. Ich weiche gut aus, ich gehe einfach hoch und runter abwechselnd. Nee, Boss checkt's nicht. Er checkt's nicht. Ist zu dumm. Ist zu dumm. Oh, ich wurde gelasert. Er checkt's nicht. Ich drehe mal um, dass ich zu Manu wieder langsam hinwehe. Aua, ich wurde auch gelasert. Aua. Ah, du bist ja da. Ja klar. Ich wollte umdrehen, dass ich zu dir komme. Nee, mir geht's gut. Okay, okay, okay. Aua, ich habe ein HP. Ich habe ein HP. Ich halte aber drauf. Ich halte aber drauf. Ich halte aber drauf. Ich halte aber drauf. Ich halte auch drauf. Jetzt stirbt doch endlich. Aua, 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 aua. Oh Gott. Er ist down. Wir haben's. Tschüss, Mut, Mann. Du Opferne-Kund ist ja gar nichts. Jetzt kriegst du endlich dein Minecraft-Projekt. Das ist ein Minecraft-Projekt. Ich habe gesagt, es droppt was, was du immer in deinen Minecraft-Projekten benutzt. Erinnerst du dich? Ja, eine Portal-Gun. Warum weißt du es? Warum weißt du die Antwort mittlerweile? Habe ich das nicht beim letzten Mal gesagt? Nein, du hast die ganze Zeit gesagt, hä, was meinst du? Hä, wovon redest du? Die ganze Zeit. Und jetzt auf einmal, oh ja, eine Portal-Gun. Hallo? Okay. Also finde ich jetzt aus der aktuellen Perspektive so obvious. Oh, ein Portal-Revolver. Wow. Ja, machst du auch einen Ausgang? Ja, da. Ja. Du schießt immer auf und dann... Oh, scheiße. Hui. Hui. Das ist doch cool. Erstmal Spielchen wieder anlegen. Jetzt haben wir eine Pokémon, die man im Bed benutzen kann. Das Spiel halt. Ich werde immer schneller. Oh. Ich habe meine Waffe bekommen, die ich brauche. Ah, schau mal. Ne, hä? Was tue ich? Was habe ich getan? Verdächtig aussehendes Tentakel habe ich. Ist das ein Pet? Ja. Auge, dass dir Licht gibt. Ist das ein Lichtpet? Haben, muss man anziehen. Das ist ein Lichtpet. Ja. Hab's. Ja, ich auch. Da ist es. Wunderschön. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so ein Spitt geschlafen hat. Äh, was habe ich... Oh, ich habe was für dich. Interface erstmal wieder groß. Sorry, Leute. Äh, ach, wir haben beide Fernkampfwaffen. Haben wir keine Magierwaffe bekommen. Nein. Ich habe noch... Äh, ja, okay. Den Celestia. Starboard hat jeder. Ja. Das ist ein Flugmaus, ne? Oder was ist das? Ne, das sind Flügel. Das sind Flügel? Ja. Ah. Lol, lol, lol. Wie? Hä? Hä? Was? Verstehst du auch nicht ganz? Alter, wie schnell sind wir damit? Du kannst einfach mit Leertaste dann fliegen, statt mit oben und unten und so. Ja. Okay. Okay. Interessant. Ja, also ich habe, du hast mir, äh, dafür muss ich rauszoomen, glaube ich, zwei neue Schusswaffen gegeben, die beide besser sind als meine jetzigen. Das ist natürlich ultra-neuist, dass ich direkt einen Fernkampflut habe. Äh, einmal das hier. Ja. Party, Konfetti. Oh, ist der stark. Und einmal, äh, den Delfin. Mach das hier Schaden? Äh, 131 pro Kugel. Mein Alter hat er 80 pro Kugel. Nach Schmiedengobby, kannst du bitte mein, 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 mein Delfin besser machen? Unangenehm. 11% Schaden? Ich will mehr. Oh, ein Minus. Ah. Ich will nicht mehr. 20% Tempo, okay, damit muss ich leben. Wohl, ich habe noch zwei Partien. Ähm. Ja, okay, das muss reichen. Ja, was denn? Wie mache ich mein Luminiterz? Äh, an dem Umwandler hier? Ach, da. Ach so. Luminitbahn. Ach. Ach, du kriegst jetzt noch eine Rüstung, ne? Ja. Stimmt, es gibt ja noch Luminiter, Alter, was man alles von dem bekommt. Sonneneruptionsrüstung, Vortex. Ach, es gibt für jede Art eine Rüstung. Nebula-Rüstung. Was habe ich für Zeug? Ich hatte Vortex, oder? Ich habe keine Ahnung. Nebula bin ich. Das weiß ich. Ja, Nebula-Helm. Ah, Nebula-Fragmente brauchen wir. Hast du welche? Ja, klar, 100. Hä, warum hast du denn... Ach, weil der die droppt. Weil der was? Kannst du mir mal die geben? Ich habe gar keine bekommen. Der hat die nicht getroppt. Die ist von diesem Säulen-Eventus-Zeug. Ah. Dann hier. Manu, Manu ist so lost. Äh, ich soll deine Rüstung machen, oder? Die letzte Aufnahme ist irgendwie Monat her. Die kam von... Diese Woche kam die Folge. Wovon redest du? Ja, die kam, richtig. Aber... Wovon redest du mal? Ich habe übrigens einen Minecraft bekommen. Und zwar eins für Paluten. Ich habe einfach 80 Sachen bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich alles bekomme. Ich habe einen Schwerkraft-Globus, mit dem ich die Schwerkraft auch noch umgelegen kann. Ich auch, ich auch. Okay. Wir sollten ihn dann gleich nochmal bekämpfen, sobald du deine Rüstung hast. Ja. Ja, kannst du ihn nicht machen. Jedoch. Du musst hier nur gerade das Zeug zusammensortieren. So. Wir haben Luminid und wir haben das ganze Zeug. Und das macht man trotzdem scheinbar an dem anderen Ding da drüben. Okay. Äh, du willst die... Nebula-Rüstung. Genau. Nebula-Helm. Nebula-Brust. Hebst du das auch auf, oder? Äh... Nö. Okay, danke. Und die Nebula-Hosen, so. Oh, ja. Warte, ich ziehe mich aus. Und auch die Farbe. Schau mich an. Ja, ja, okay. Und... Nebula! Verwandlung! De Kraft! Blink, 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 blink. Was ist dein Set-Bony? Oh. Wenn ich zaubere, habe ich eine Chance, Buff-Boosters zu bekommen. Hä? Das war's? Okay. Also einfach irgendwelche, irgendwelche Buffs, die dann auf dem Boden liegen, die man aufheben kann. Dann kommt der Boss doch mal. Lol. Lol. Lekt mal wieder umziehen und schlecht aussehen. Hä? Ne, bleib doch bei der guten Rüstung. Achso. Ich dachte, du legst die gute Rüstung jetzt wieder ab. Ne, ne, ne. War gerade schon kurz irritiert. Okay, ja, den müssen wir nochmal jetzt besiegen, weil dann kann ich... Ich nehme mal vorsichtig, weil das andere Gewehr mit mich, dass der Schaden doch kacke ist. Oh. Uiuiui. Äh. Weil dann meine Rüstung auch gecraftet werden kann. Und dann können wir ihn nochmal rasieren, weil wir dann gut sind. Vielleicht kriege ich ja sogar mal einen Zauber. Ja, ich habe nur 1000 Schuss. Wird ein bisschen knapp. Oh, äh. Oh, ne. Ist halt auch gut zu regnen. Oh nein, sind wir langsam. Ich habe es gerade gemerkt. Alter. Da hat es noch geregnet. Okay, ich nehme sein Mount lieber. Stattdessen sein, sein Flügel. Ist viel schneller. Ja, ne. Ne, nehme ich mal seins. Ne, weil es einfach fünf Sachen sind, die ich umrüsten muss. Achso. Ich bin komplett auf dem Mount gerade. Aber ich habe halt 4000 DPS auf seiner Hand. Die ist schon fast kaputt, eine. Unfair. Der luscht mich. Ja und? Kann die Hand mal kaputt gehen, bitte? Danke. Mal heilen. Ah. Oh, ich werde langsam schneller. Aua. Er angelt mich. Er angelt mich. Seine Stirn noch, ne? Ja. Ja, ich ziehe eh irgendwo drauf. Ich schieße einfach nur. Das sind ja eh so zielsuchende Dinger. Ja, anders spielt man ja nicht. Oh Gott! Ich bin tot. Oh. Kannst du noch äh... Ich flieg so langsam, ich kann weg davon ihm. 20 Sekunden noch. Es geht eigentlich tatsächlich. Außer dieser Augenlaser, der tut halt ultra b. Oh Gott, dein Leben. Ja, ich sehe schon beim Eisen down. Pot ich nach Hause? Nö. Ja, dann, dann... Nein, ich sehe es online. Drei Sekunden, du bist doch vorher tot. Ich kenne dich. Ich kenne dich, ich lebe. Seine Brust ist jetzt offen. Oh Gott. Ich heil mich eben noch. Ja, komm ich noch ein. Oh Gott, ich... Oh, du bist tot. Ja. Mach euch zu wenig Schaden gerade. Liebe. Trink aber noch ein Tränkchen und komm zu dir. Oh, du bist gerade im Weltall, ja. Ja. Gibt es irgendeine Wettermaschine, mit der ich Regen beschwören kann? Oh, das wäre cool. Oh, die sind Buffs. Schaden um 15% erhöht. Oh, danke Mann. Ach, das... Oh, das sind auch meine. Ich habe die einfach aufgesammelt. Jetzt bleibe ich einfach schön aufs Herz drauf. Das ist denn für ein komischer Setboni auch. Das ist nicht, Junge. Als ob man im Kampf da auf diese kleinen Flammen achten kann. Äh, ich drückte ihn gerade. Drei, zwei, eins. Schaden. Easy. Er reicht einfach. Jetzt drauf, sein Zeug geht er ganz woanders, als er ist. Wahrscheinlich, wie immer. Oh. Hier liegt was. Äh, Mondherr wurde besiegt. Mondherr. Moonlord, einfach Mondherr. Der Herr des Mondes. Hast du die Sachen? Wo bist du denn? Ah, das hast du gefunden. Hast du die Bosswaffen auch schon gespoilert, oder was? Nee, aber ich habe davon gehört. Hast davon gehört? Ja, hast alle schon gesehen. Nee. Das ist der Zauber. Das ist kein Zauber, das ist ein Schwert. Ach so. Oh, Miau, mehrere. Habe ich auch bekommen. Tentakel, Schwerkraft, ja. Wieder nix, scheinbar. Bier. Äh, ich kann die Flügel, glaube ich, craften noch mit dem Nebula-Zeug. Das kostet zehn. Na gut, Flügel können wir später craften. Aber wir haben noch Flügel. Gib mir mal den Luminid. Du wolltest doch hübsche Flügel. Ach so, ja, das stimmt. Oh, haben wir viel diesmal bekommen. Okay. Wir machen jetzt mal eine Rüstung. Ja. Ich tue das alles mal wieder da reinballern. Zweimal können wir den Boss theoretisch noch machen. Äh, Vortex. Ja, genau. Ja, genau. Fernkampfschaden. Fernkampfschaden und Fernkampfschaden. Okay. Wenigstens allgemein und wenigstens, ich hoffe, kein Unsichtbarkeits-Sets-Boni mehr. Weil der wäre ja richtig useless. Set-Bonus. Doppeltes Antippen runter, um Tarnung an- oder auszuschalten. Die Fernkampffähigkeiten zu erhöhen und die Chance zu verringern, dass Feinde auf dich zielen. Verringert allerdings auch Bewegungsgeschwindigkeit. Also, die bessere Rüstung ist jetzt, dass ich meine Tarnung einfach... Direkt anmachen kann, ja. Ja. Also, irgendwie sind die Set-Bonus aber schon... Ah, guck mal, es geht nicht mehr aus. Ah. Ich kann halt das einfach so langsam rumsteaken. Und machst du Schaden? Ja. Warte, ich kann ja mal gucken. Äh, das ist ungefähr 90 Schaden mehr pro Jahr. Also, auf der Waffe schon. Das ist viel. Ich muss ja auch mal testen, wie gut der DPS macht. Die müsste eigentlich ja ganz gut sein. Boah, ja, der macht auch Ultraschaden. Ja. 7.000, 8.000 DPS. Alter. Der Centakel haben wir ja schon. Äh, jetzt haben wir noch 23 Luminid. Ich mach mir die Munition mal damit, dann können wir den nochmal easy töten. Äh, Luminid-Kugeln. 3 Barren für 1.000 Schuss. Ja, ich kann dir noch Flügel machen. Welches hat hast du? Nebula, ne? Ja. Ach, Nebula-Flügel. Ja. Ja. Also, entweder Nebula-Flügel oder den Boss zweimal beschwören. Lass uns... Ich mach jetzt einmal den Boss und danach können wir noch gucken. Ja, ja, ja. Dann hol ihn. Äh... Ja, warte, lass mich mal mein Zeug ändern, dass ich auch dieses Sternenbrett benutze. Guck mal, guck mal, guck mal bitte hier oben im Himmel. Ah, deine Buffs. Ja, ist ja doof, wenn ich die aufhebe. Womach ich nicht rein? Hilfe. Locken. Ich bin gesprungen und war schon da oben. Weißt du, wie schnell ich bin? So, dann nehme ich hier alle Buffs wieder mit. Das ist echt alles voll. Dann schweige ich zwei von meinen Megakugeln. Bist du nach links und rechts irgendwie besonders schnell? So nach links und rechts bin ich mich echt langsam eigentlich. Hm... Ja, wenn man das mit nach oben drücken verbindet, dann schon. Ich glaub, dann fliegt man auch nur schneller hoch und runter. Also, ich konnte so vor ihm fliehen. Okay. Das musste dann schon relativ schnell sein. Okay, der eine erhöht Lebensregeneration und die anderen beiden Schaden. Wer denn? Ich kann, ich kann das im Fliegen einsetzen. Mein Bedämmungsberuf. Das ist unsichtbar, echt. Ja, ja. Ich bin einfach schnell im Fliegen, okay. Oh, gut, da ist er. Achso, ich muss ja jetzt zielen. Voll traurig. Ja, Alter, macht das Schaden. Erste Hand ist gleich kaputt. Ja. Oh nein, der Laser. Okay, erste Hand ist weg. Wir sollten ja auch ein bisschen mehr Verteidigung jetzt haben, ne? Ja, ich halte schon echt einiges aus. Ein bisschen. Zweite Hand ist weg, jetzt nicht stür. Was ist denn Lappen? Aua. Nimm mich zurück. Jetzt haben wir mal ein paar Buffs von dir. Aua. Ist ein bisschen ätzend, dass man gezielt in deine Buffs reinfliegen muss, weil die... Aber ey, ne weh. Ja, wohl, bei mir werden die ja herangelutscht. Achso. So, seine Stirn ist auch gleich kaputt. Jetzt noch sein Herz. Ein bisschen schneller wäre schon cool. Vom Tempo her. Machen wir das. Oh, die fallen ja alle runter. Oh, oh. Aua, ich wurde ein paar Mal gelasert. Er ist ja fast tot. Ja. Ich glaube an dich. Ich habe kein Mana mehr. Keine Mana trinke. Was? Jetzt gerade leer gegangen. Zehn Sekunden ausweichen. Kannst du... Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Der Erlöser. Aua. Hä? Warum ist deine Hand? Als ob man da noch Schaden bekommt. Oh. War das dumm. Warte ich schon erstmal Mana, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe ein Minecraft bekommen. Ja, das hatte ich doch auch. Achso, ne. Okay, ich hatte ein Edgar Minecraft. Was bist du denn? Markiertes Auge auch Schätze in der Nähe? Es kommt mir so vor, als würde hier alles leuchten. Oh. Fernkampfschan. WDMG. Dämonisch. Hier zum Mail. Das habe ich doch schon. Ich weiß. Es ist in einem White Vault gelandet. Oh. Und was hast du für mich? Ich habe ein zweites Mal das hier bekommen. Oh, aber mit der besten Verzauberung. Cool. Das ist schön. Freut mich. Hä? Hannes Reisner. Ja, vielleicht hat er jetzt seinen Magneten. Mhm. Dämonen, Hörner, Tigerfell, Getligator. Nö. Hat euch nichts. Ja, dann hol ihn. Ach, geht gar nicht, ne? Doch, einmal können wir noch. Ich meine, geht das nicht nur in der Nacht? Nö. Oder haben wir noch genügend für einen? Ich habe, glaube ich, von 19 irgendwo gesehen. Oh, wir haben ein Vortexfragment zu wenig. Hast du noch welche? Äh. Naja. Im Invertar mit Sicherheit nicht. Ach, man kann die ja umcraften. Was ist das falsche gecraftet? Oh, hier hast du ein paar Seen für dich. Nochmal himmlisches Siegel. Okay, einmal können wir ihn noch holen. Dann, dann ist aber unser Zeug auch echt leer. Ich hätte jetzt gerne mal einen Zauber. Erstmal schnell die ganzen Manu-Waffs in der Gegend einsammeln. Dann einmal B drücken. Dann meinen Pet-Beschwörungsstab benutzen. Dann unten die ganzen Dinger nochmal andrücken. Was ich vergessen habe. So. Nochmal beschwören und jetzt kann ich bald ankommen. Du hast eine Harp hier? Okay. Äh, zerstör die Harp hier bitte. Die ist ganz stark. Okay, eins. Echt einfach, ne? Der Boss gerade. Oh Gott, der hat mich gelasert. Kann man nicht so weit oben sein? Ja, ja. Ich tippe halt nur einmal an und bin direkt im Himmel. Das stimmt. Boah, Alter, sind wir voller Buffs. Guck dich mal an, wie du strahlst jetzt. Achso, das stimmt. Boah, meine Harp haben aber gerade nicht gestrahlt. Oh, Laser. Ja, meine Kugeln treffen, meine Kugeln treffen. Musst du so hoch in die Richtung halten. Ich mach mal Stein kurz und geh mich heilen. Da sind ganz viele Buffs. Okay, dann länge ich ihn ab. Au, au. Ja, alles gut. Aua, aua. Aua, ein Harp noch. Nix gut, nix gut. Okay, jetzt können wir tauschen. Okay, ich pop mich. Ich bin zu Hause. Er ist bei mir. Oh, sein Herz ist ja offen. Die Frau ist tot. Du hast sie getötet. Nee, die läuft was draußen rum. Oh, okay. Laser. Ich bin tot. Was hat er denn auf dich gelasert noch? Ja, der Boss scheinbar. Hä, der Boss ist tot? Wovon redest du? Achso. Beutel, ich habe eine Beschwörerwaffe. Okay. Wo ist seine Leiche? Oh, Patsy, hier bei mir. Ich habe erstmal das da für dich wieder. Und ich habe, oh, was ist das denn? Oh, das ist echt ein Zauber, lol. Nee, das stimmt. Das ist schon gut verarscht. Achso, ist es auch. Okay, ja, das ist mir aufgefallen. Aber die Zauber sahen so aus, als wäre es ein Zauber. Zauber. Hier. Sternenzorn. Alter. Ja, was hast du für mich? Hä, ich mixe. Ich habe so ein Beschwörerstab da. Also ein Zauber für mich. Ein Beschwörerstab. Ich kenne das Wort. Ja, Beschwörersachen habe ich auch dabei. Kann ich genauso platzieren. Nee. So, will mich der Boss eigentlich komplett verarschen? Eine Magierwaffe für Manu. Wie oft haben wir den jetzt gemacht? Viermal? Fünfmal? So ein bisschen, ja. Haben wir noch genügend für meine Flügel? Nee, wir haben gar keinen Vortex mehr. Ja, ich gehe meinen Kultisten töten, ne? Okay, ich mache mal hier meinen Ding besser. Ähm, meinen Stern, worauf ich surfe. Ah, stimmt. Der kann ja was haben. Ja, beide Sachen. Ah, mir ist einer mit plus drei Abwehr gedroppt. Okay, reicht mir. Wow. Acht Abwehr mehr. Seit dem letzten Kampf. Und wie hast du? Ich habe 91. Hm. 74. Oh. Krass. Deswegen kann ich das Zeug so wegdenken. Ja, da ist der Kultist gerade, Leute. Schauen wir mal, ob er mehr DPS hat oder ich. Er gibt sich Mühe. Und er ist tot. Jo. Aua, aua. Wie viel noch? 25 Sekunden nur noch, ohne getroffen zu werden. Okay. Nice. Oh, halb Platine. Vier Sekunden, bevor die Säule angreifbar war, bin ich gestorben. Und es ist kaputt. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Tritt mal das auf. Der Schmerz überwältigt dich. Das tut ja. Ach, da kommt der Boss ja auch nochmal. Oh, wir kriegen sie wohl einmal geschenkt. Ah, stimmt. Da sind wir ja letztes Mal gestorbt. Nee, ich bin noch nie gestorbt. Gar nicht. Und tot. Boah, machen die Raketen schön AOE-Schaden halt. Wie viel? Ach so, ich kann mich ja unsichtbar machen, auch wenn wir damage wollen. Let's go. Ich will das die ganze Zeit nicht nutzen. Alter, die Buffs hier bei mir. LOL. Ich bin auch komplett umkreist. So, jetzt achte mal gleich darauf, wenn das Schild kaputt geht, wie schnell das zerfällt. Bin gespannt. Jetzt geh ich ja auch noch mit drauf. Alter, das ist ein Opfer. Boss-Action. Ja, lass nach Hause. Ab nach Hause. Äh, Geld. Oh ja, ein bisschen Silber hab ich weggepackt. Oh, 1000 Banner, die lösche ich einfach. Hallo, die hängen wir auf. Ja, 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 hab ich alle aufgehängt. Oh, nass. In die Mülltonnen. So, und dann die ganzen Zellen darüber reinwerfen. Okay, Vortex und Nebula haben wir irgendwie wenig. Komisch. Hätten wir ne Rüstung aus den beiden gemacht. Ach, die Illuminidbahn tu ich da rein. Dann mach ich nochmal ein bisschen Muni. Ein bisschen Muni. Kommt der jetzt mal. Ich hasse das, dass der so lange braucht. Oh, da ist er. Äh. Bin doch noch gar nicht unsichtbar. Bin ich gebufft? Ja, ich bin gebufft. Na gut, halb gebufft. Aua. Werd ruhig unsichtbar. Ist kein Problem. Bin ich schon, bin ich schon. Bin immer unsichtbar. Denk dran, ja, um so richtig schnell zu werden mit dem Teil, musst du... Ja, du musst... Oder? Ah, war das jetzt gerade Einbildung? Ja, man muss eigentlich echt richtig viel mit Leertaste arbeiten. Weil dann wirst du auch in jede Richtung irgendwie super schnell. Das ist, glaub ich, nur so ein Gefühl, weil man so schnell nach oben geht. Weil du bewegst dich nach links und rechts eigentlich genauso schnell wie ich. Aua. Bin tot. Nice. Sehr ungut, sehr ungut. Ne, warum? Sehr lang. Das war ein Auge von Kipptumor. Ja, doch, doch, das ist keine Einbildung. Mit Leertaste gehst du auch viel, viel schneller nach links und rechts. Das kann ja keine Einbildung sein. Okay. Das ist echt so eine optische Täuschung. Wie geht's dir? Äh, ich bin jetzt da und jetzt kommt mein Zepter. Wo ist er? Zepter der Macht, beschwöre ein Kristall und leuchte. Was ist der Boss? Ja, hallo. Hier oben. Ich hab Angst. Bossi, Wattas, Bossi. Ach, der hat ja noch sein Stirnauge lol. Ja, klar, ich mach nicht so viel schade. Okay, ich muss mich heilen gehen. Tschüss. Tschüss. Ich bin schon die ganze Zeit fast tot, aber ist okay. Ich bin das gewohnt. Er folgt mir, er folgt mir, er folgt mir. Okay. Dann freut ich mich. Uiuiui. Bei mir ist es so, wenn ich... Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Was hast du getan? Was hast du getan? Ist er in der Brust schon offen? Ja. Okay, okay, okay. Dann hört ich ihn einfach. Okay? Na, war kaputt. Warum? Klar, warum wartest du? Aua, Laser. Ja, keine Ahnung. Konfetti. Feuerwerk. Aua, schon wieder ein Laser. Ich warte auf den Zauber. Aua, noch ein Laser. Ist doch schon down, oder? Ja. Ich bin wieder sichtbar. Ich bin zurück. Bewundert mein Miau-Miau-Schwert. Schatz, Beute. Oh, noch eine Nahkampfwaffe. Was ist das denn? Guck mal. Jojo. Uiuiuiuiui. Was ist los? Hier, schenke ich dir zum Bein. Ich habe einen Archiv bekommen, danke. Mega Wurf. Erhalte den Terraner. Oh. Der Terraria. Alter, ich habe mich so zurückgehalten. Dass ich den Sam-Witz nicht auch bringe. So, jetzt ganz wichtig. Ein Zauber? Ach, Flügel. Oh, meine Flügel sind ein Jetpack. Ja, genau. Alles klar. Was ist ein Zufall? Zamel, was ist ein Zufall? Also die besser als dieser Stern? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Boah. Oh, ich habe sogar ein bisschen Nebula. Oh, oh. Oh, das sieht aber cool aus. Nur einmal lila mehr. Kann ich denn lila färben? Oh, ich kann aber mit dem auch so ein bisschen hin... Guck mal. Ich kann auf der Stelle fliegen. Nach unten und Leertaste zusammen. Drück mal. Ah, doch. Ah. So geht man schnell hin und her. Das ist eine komische Steuerung. Ja. Voll in der Hand weh nach unten und Leertaste gleichzeitig zu drücken. Das kann ich nicht lange. Ja, mach mal... Blieb mal mit nach links oder so. Ja, 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 ja. Okay. Okay, der Stern ist hundertmal besser, das darfst du uns erwarten. Oh, ist der schnell. Krieg ich jetzt mal was für meinen Look? Ja. Kannst du auch deine Flügel haben, wenn du möchtest. Äh, Nebula-Flügel, ne? Ja. Ja, was hast du da wieder um dich? Zambay? Nichts. Wir gehören zu meiner Rüstung, vielleicht. Ach so. Boah, der sieht aber sick aus, ey. Ah, ich könnte es über den Stern legen. Ah! Oh Gott, wie scheiße sieht das denn wieder aus? Alter. Guck mal. Das will ich gar nicht haben. Kannst du mir noch was Cooles geben? Ey, was ist das? Er strahlt aus allen Löchern. Und ich habe hier so einen... Hast du eine Farbe drauf? Ja, habe ich. Ja, und das mit der normalen Rüstung sieht, ist doch bestimmt mega cool aus. Das kann sein, aber ich bin halt nicht normal, ne? Oh, lol. Farben runter? Geil. Ja gut, ich sehe schon irgendwie aus wie Gott, ne? Ja. Ja, aber ich kann jetzt nicht ganz am Ende des Projekts nicht mehr Manual sein. Das stimmt. Guck mal. Nice. Ja, aber dadurch verlierst du diesen coolen Effekt von diesem Hinterher-Echo. Ja, 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 ja. Ah, komm. Echt schade, dass die Rüstungsechos und so dann verschwinden. Meiner ist nur einfach so eine Spur, die ich hinter mir herziehe. Oh, Alter, ey. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Ja, ist mega schnell. Ja, wir können nochmal machen. Ja, dann mach mal. Finaler Part, aber nur ein Endboss 37 Mal töten. Da, guck mal, ich bin jetzt blau und schwarz und blau. Aha, ja. Und die Flügel will ich auch noch gerne einfärben. Schattenfarbe habe ich hier noch so ultra schwarz und nütz. Ja, gib mal, gib mal, gib mal. Ja, hebst du doch auf. Ich sehe dich nicht, du bist unsichtbar. Schattenfarbe. Nee, man ist nicht ganz leicht. Boah, Alter. Oh, oh, oh. Ja, ey, 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 hier nimm mal. Ah. Ja. Geld für dich. Oh, danke. Oh, da liegt noch mehr Geld. Oh, nur in Silber. Ich hab Platin, wollen wir mal kurz wegstecken. Oh nein, er ist da. Okay. Oh ja, ist man schnell, Alter. Warum ist die Steuerung so komisch bei den Flügeln? Keine Ahnung. Ist er schnell. Ja, das ist ja gar keine Chance mehr. Nur schneller runterfallen kann man nicht. Ja. Ja, trotzdem. Das ist ein Riesen-Upgrade so. Und endlich Flug ist halt schon mega cool. Mhm. Ja. Ich hab's. Ui. Und das ist ein Gläuel, der sich fast umbringt. Und. Wow. Und wow. Oh. Oh. Was ist das denn? Was ist das so? Hier. Da, guck mal. Ja. Da für dich. Und schau mal, was ich habe. Letztes Prisma. Wow. Okay, das sieht sehr stark aus. Alter, mein Mana. Das sieht so dumm aus bei dir. Mein Mana. Ey, warum? Warum? Warum meine Terraria so komisch? Ich sehe. Ich habe nichts gesehen. Ich sehe nichts von deinem Zauber. Es gibt richtig viele Zauber, von denen ich bei dir nichts sehe. Schon das ganze Projekt immer. Lol. Aber irgendwie so. Aber. Manu. Was ist das? Schau mal, was ich getroppt bekomme. Letztes Prisma. Nein. Es droppt aber zweimal. Ey, du musst dir auch mal angucken, wie schnell mein Mana runtergeht. Mein Mana ist schon leer. Ich habe ihn gerade einmal benutzt. Krass. Also, hier. Kann es haben. Vielleicht ist er besser verzaubert. Angr... Ich habe... Angrieeeef. 5000... 4500. 4200. Hättest du mal schwächer? 3800? Ne, er hat sich bei 3800 eingependelt. Okay. Warum mache ich 8000? Ich glaube, weil das Spiel ein bisschen unbalanced ist. So, dass ich kann aber halt dabei fliegen und 8000 machen. Okay. Ja, ja, ja. Ein bisschen teuer. Aber alles gut. Aber hier ist übrigens der Bogen von der Lichtfrau. Sieht dir fancy aus. Sieht doch stark. Ah, ist echt ein bisschen blöd gerade, Zombie. 2600 dp ist schön. Das Spiel will mich gerade veräppeln. Wir können uns übrigens noch... Einfach, weil es geht, auch aus dem Material eine Spitzhacke machen. Oh. Also, du kannst eine Nebula-Spitzhacke haben und ich könnte eine Vortex-Spitzhacke haben. Aber es gibt halt nichts mehr im Spiel, was wir abbauen können, also... Ja, aber dann sind wir ja trotzdem cool. Ja, hat er nicht noch einen Zauber für dich? Weißt du das? Äh, das weiß ich nicht, aber ich schätze mal, ja. Ich glaube, der hat noch... Es gibt noch den Lunar-Portal-Steph und Lunar-Flair. Das eine ist ein Zauber und das andere ist eine, glaube ich, Beschwörer-Waffe. Ja. Beschwört ein Lunar-Portal, das auf deine Feinde schießt. Schießt so Laser. Kannst du selber so Laser ballern. Ja. Und das andere ist ein Zauber, der so, äh, Explosionen vom Himmel regen lässt. Oh, wie der Meteor, oder was? Ja, genau. Bloß ein Schneller. Also, die fallen viel schneller runter. Man kann es eigentlich an den Goldkosten gucken, ne? Umso teurer das Umschmieden ist, umso besser ist die Verzauberung. Sehr gut. Aber es bringt mir dann auch nichts. Wenn du eine gute Verzauberung hast, wird es teurer. Also kannst du immer gucken, wenn das Umschmieden teuer ist, was du eigentlich drauf hast erst. Ach so, meinst du das? Ah, okay, ja. Macht Sinn. Äh, Warno, was ist? Irgendwas ist da. Klebt er an mir. Hilfe. Höh. Ey. Ja, jetzt schuldet es mir 100 Platin. Na schade, hab keins mehr. Ich finde es so lustig, dass bei allen... Ja, klar. Ich hab gerade umgespielt. Dass bei allen Bossen alle NPCs sterben, außer beim Boonlord. Weil man den eh über die ganze Map zieht. Bitte. Ja, Leute. Äh, ich... Ich muss jetzt weg, deswegen hören wir an der Stelle auf. Und dann machen wir einfach noch alles, was uns fehlt, außer vielleicht die Empress of Light beim Tag. Da hab ich, glaub ich, keinen Bock drauf, Lawless irgendeinen Boss zu töten. Also wenn sie in der Millisekunde stirbt, dann ist es auf jeden Fall machbar. Ja, aber wozu? Ja, ne? Wenn ihr die Waffe sehen wollt, könnt ihr auch einfach irgendwie auf YouTube suchen. Geht woanders den Schuss. Geht. Vielleicht reagten wir da noch drauf. Aber wir machen... Wir müssen noch das Marsianer-Event machen. Äh, und das Halloween-Event. Auf jeden Fall. Und dann können wir eventuell auch noch das Verhasste von mir... Ich weiß nicht mehr, warum ich's hasse. Das, äh, Dungeon-Defenders-Crossover-Event noch machen. Ja, da find's ja immer wieder, dass du das hasst. Ja, ich kenn's halt nicht mehr, aber ich hasse es auch das Prinzip. Äh, die Schüsse hier, ne? Ja. Ich hab grad rechts 10.000 DPS stehen. Aber ich muss halt wirklich in der Puppe drinstehen, dass alle treffen. Ja, aber selbst wenn ich drinstehe, ich mach halt trotzdem nur vier oder so. Also, was ist... Was ist geschehen? Ja, das ist ja auch so eine spezielle Raketen-Munition-Warte. Ich guck mal mit einem normalen Gewehr, ohne unsichtbar. 4.000. Aber ich muss selber zielen. Weil du ja auch mit deinem komischen Razor. Ah gut, Leute. Wir sehen uns nach dem Cut oder beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Zimbelbannen. Euer Zimbelbannen.